Neu, Taft Halt für strapaziertes Haar. Hamburg, Windstärke 5. Strapaziertes Haar hat elastischen Halt. Dreiwetter Taft. London, umsteigen bei Regen. Strapaziertes Haar behält Volumen. Dreiwetter Taft. New York, 30 Grad. Die Sonne brennt. Strapaziertes Haar ist optimal geschützt. Perfekter Halt für strapaziertes und sogar koloriertes Haar. Das neue Dreiwetter Taft Pflegestyling mit Pflegevitaminkomplex. Von Schwarzkopf.